Ja, wir haben uns jetzt beschäftigt mit dem Einfluss, den die Anfangsfehler auf das Resultat haben, aber wir haben ja auch schon mal gesehen, also Rechner rechnen nicht absolut korrekt und da müssen wir uns als nächstes überlegen, wie groß ist eigentlich der Fehler, den ein Rechner beim Rechnen macht und warum macht er den Fehler überhaupt? Nun, die letzte Frage ist sehr einfach zu beantworten und zwar einfach, nicht alle Zahlen, nicht alle reellen Zahlen sind tatsächlich auf einem Rechner darstellbar. Im Allgemeinen haben Sie endlich viele Stellen zur Verfügung, um eine Zahl darzustellen, das heißt also, selbst wenn wir mal annehmen, unsere Zahl hat eine endliche Dezimaldarstellung und nehmen wir also eine Basis im Allgemeinen, entweder für den Rechner ist eine Basis meistens b gleich 2 oder wir werden meistens rechnen hier mit b gleich 10. Nehmen wir mal an, diese Zahl hat eine endliche Dezimaldarstellung. Ich möchte die so, wie sie da ist, in den Rechner bringen, dann kommen so ganz viele Probleme auf mich zu. Nämlich, ich muss mich entscheiden, wie viele Vorkommastellen, wie viele Nachkommastellen will ich denn mitnehmen und Sie ahnen vielleicht schon, wenn ich relative Fehler betrachte, dann ist das gar keine gute Idee. Insbesondere, wenn ich eine Zahl mit 30 Stellen tatsächlich auf den Rechner bringen will, dann brauche ich auch tatsächlich 30 Stellen, mit denen ich rechnen kann und im Allgemeinen rechnen die Rechner maximal mit, das werden wir nachher sehen, sowas mit in der Größenordnung von 8 bis 16 Stellen. Okay, gut. Das heißt also, das einfach so zu nehmen, wie es da steht, also wie wir es an der Dezimaldarstellung hinschreiben und direkt auf den Rechner zu bringen, ist vielleicht keine gute Idee. Deshalb ist man vor vielen Jahren auf die Idee gekommen, so eine sogenannte Fließkomma-Arithmetik einzuführen und das bedeutet einfach, ich ziehe vorher, bevor ich die Zahl auf den Rechner bringe, ziehe ich die Größenordnung der Zahl einfach raus. Das heißt also, alle Zahlen, die auf dem Rechner sind, die sollen gespeichert werden in der Form 0, m1, m2 und so weiter bis mp mal die Basis hoch einen Exponenten e. Das heißt also, ich speichere ab, diese Zahlen m1, m2 bis mp, klassisch der Name dafür ist Mantisse und die Größenordnung, also im Grunde, wo das Komma jetzt hier steht, das speichere ich in dem e da vorne, indem ich das Ganze halt nochmal mit b hoch e multipliziere. Ganz einfach hier, Beispiel für die Basis 10, 100 lässt sich natürlich darstellen als 0,1 mal 10 hoch 3, das heißt diese normalisierte Fließkommadarstellung für den Rechner wäre hier 0,1 mal 10 hoch 3 oder 7 zum Beispiel lässt sich darstellen als 0,7 mal 10 hoch 1. Okay, wo ist jetzt das Problem dabei? Naja, nehmen wir mal an, wir haben jetzt tatsächlich so eine endliche Länge dieser Mantisse und wir wählen mal p gleich 2, das heißt wir können hier tatsächlich nur zwei Zahlen darstellen. Dann ist natürlich klar, die Zahl 124 wäre jetzt in unserer Darstellung 0,124 mal 10 hoch 3, ja aber ich habe nur zwei Zahlen zur Verfügung hier vorne, also nur zwei Stellen zur Verfügung, das heißt ich kann die Zahl, die ich hier habe, überhaupt nicht darstellen. Das heißt also allein schon dadurch, dass ich eine Zahl habe und die auf den Rechner bringen muss, mache ich einen Fehler und wir wollen uns jetzt hier damit beschäftigen, wie groß dieser Fehler tatsächlich ist. Okay, erstmal sehen wir, es ist nicht jede Zahl darstellbar und die Menge aller darstellbaren Zahlen, die nennen wir auch Maschinenzahlen, das sind also alle die Zahlen, die sich darstellen lassen, genau in dieser Form hier vorne 0, m1, m2 und so weiter bis mp mal b hoch e und dabei ist in einer Basis b und dabei sind für, immer wenn man so eine Arithmetik definiert, muss man also sagen, in welcher Basis will ich rechnen, also auf dem Rechner ist es immer zwei, ich muss sagen, wie lang diese, wie viele Stellen ich mitnehmen will, also wie groß die Mantissenlänge ist und ich muss eigentlich auch noch sagen, mit dem E hier vorne, wie groß darf das E denn werden, denn man ahnt schon, also das E darf wahrscheinlich auch nicht unendlich groß werden, das werden wir hier komplett unter den Tisch fallen lassen, weil es im Normalfall eine Beschränkung ist, die tatsächlich in der Praxis kein Problem ist und nichts ausmacht. Okay, gut, jetzt überlegen wir uns zunächst mal, wir haben eine reelle Zahl, wir wollen die auf den Rechner bringen und die ist vielleicht auf dem Rechner nicht darstellbar, das heißt also, was müssen wir tun, im normalen Sprachgebrauch muss man sagen, man muss die Runden auf die nächste Zahl, die tatsächlich darstellbar ist. Genau, das machen wir auch, im Lernskript habe ich es ein bisschen formaler gemacht, aber eine Rundungsfunktion ist einfach eine Funktion, die eine reelle Zahl nimmt und auf die nächste, die nächstgelegene, betragsmäßig nächstgelegene Maschinenzahl abbildet, ja, also ganz klar, das heißt also hier oben zum Beispiel unsere 124, die sind nichts anderes als 0,124 mal 10 hoch 3 und 0,124 ist nicht darstellbar, aber 0,124 mal 10 hoch 3 ist nicht darstellbar, nicht die nächste, die nächstgelegene Zahl, das heißt also in diesem Fall wäre 120, wäre 120 die beste Darstellung für die 124, die wir da vorne haben. Okay, gut, wir sehen auch sofort, diese Rundungsfunktionen, die sind nicht eindeutig, ja, denn wir haben die Möglichkeit immer eine 5 nach oben oder nach unten zu runden, ja, deshalb, wenn ich ja jetzt nicht 125, nicht 124, sondern 125 genommen hätte, dann wären 120 und 130 zwei Maschinenzahlen, zwei darstellbare Zahlen, die gleich weit entfernt sind und dann muss man sich entscheiden, rundet man dann nach oben oder nach unten. Immer wieder eine gern geführte Diskussion, muss man 125 nach oben oder nach unten runden, na ja, letzten Endes gilt, es ist natürlich völlig egal, ja, also es sind beides vernünftige Definitionen, man muss sich nur vorher entscheiden, was man will und so hat man dann 1985 tatsächlich diese ganze, diese Rundungsfunktionen, auch diese Darstellung der Maschinenzahlen, die Darstellung von Gleitkommazahlen hat man normiert in einer IEEE-Norm und da ist ausdrücklich zum Beispiel zugelassen, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Rundungsformen, ja, also man kann sich im Grunde eine aussuchen, für uns ist das alles jetzt hier völlig belanglos, das Einzige ist, die Rundungsfunktion muss jeweils auf die nächste Zahl abbilden, wenn es denn eine gibt, ansonsten darf sie sich eine aussuchen. Okay, jetzt wollen wir uns überlegen, wie groß ist denn der Fehler, den man macht, wenn man eine Zahl nimmt und auf den Rechner wirft und wir nehmen mal an, wir haben eine Zahl gehabt, wir kennen die Zahl nicht und wir wissen aber, die Rundung dieser Zahl ist 0,44 mal 10 hoch e, ich mache es hier jetzt mal ganz konkret, ja, also nachher werden wir sehen, das ist völlig egal, welche Zahl man nimmt. Okay, wenn die Zahl gerundet wurde auf 0,44 mal 10 hoch e in unserem System, also in unserer Arithmetik mit p gleich 2 und b gleich 10, dann muss das ja die nächste Zahl gewesen sein, die nächste Maschinenzahl gewesen sein. Das heißt also, wo kann das x herkommen? Naja, das x kann höchstens nach unten, höchstens 0,435 sein, denn wenn es kleiner wäre, wäre es ja sonst noch 0,43 gerundet worden und oben gerade 0,445, wenn es größer wäre, dann wäre es ja nach 0,5 gerundet worden und das Ganze natürlich wieder mal 10 hoch e. Okay, gut, das heißt also, wir wissen, dass x muss in Wirklichkeit aus diesem Intervall hier vorne kommen und das kann ich auch so formulieren, ich weiß, dass x minus die Rundungsfunktion von x kleiner gleich 0,005 mal 10 hoch e ist. Okay, das kann ich aber für alle Zahlen machen. Es ist völlig egal, ich habe hier das 0,44 der Anschaulichkeit halber genommen, aber es ist völlig egal, es steht immer hier ein 0,005 mal 10 hoch e. Okay, was ist das 0,005 mal 10 hoch e? Naja, also erstmal klar, das 10 hier vorne ist die Basis, in der ich rechne. Das 0,005, naja, diese 5 hier vorne, das ist gerade die Stelle, wo ich mich entscheiden kann, ob ich nach oben oder unten gehe und das ist gerade b halbe, ja, 10 halbe in unserem Fall. Und dieses 0,00 hier vorne, wo kommt das? Naja, das 0,00 hier vorne sind die Anzahl der Stellen und ich muss noch einen weitergehen, das heißt also, es ist gerade b hoch minus p minus 1, was da vorne steht. Okay, gut, das heißt also, wieder im Lernskettops, ich habe es ein bisschen genauer gemacht, aber es ist klar, der absolute Fehler der Rundungsfunktion ist, wenn ich weiß, dass das Ergebnis irgendwo in der Form ist 0, irgendwas mal 10 hoch e, dann ist der absolute Fehler in der Größenordnung b halbe mal b hoch minus p minus 1 mal b hoch e. Jetzt interessiert uns aber nicht der absolute Fehler, uns interessiert immer der relative Fehler. Und ich möchte jetzt hier mal ausnahmsweise den relativen Fehler gegen die Rundungsfunktion ausrechnen, ganz ehrlich, weil das einfacher ist, für das andere braucht man eine Fallunterscheidung, die einem nichts bringt, also keine Einsicht bringt, aber das Ganze nur erheblich verzögert. Wir haben ganz am Anfang mal so eine Voraussetzung gemacht, nämlich, dass das M1 ungleich 0 sein soll. Also es soll da nicht 0,01 stehen oder so, sondern es soll da immer 0,1, 0,2, irgendwas in der Größenordnung stehen. Okay, das wird jetzt tatsächlich wichtig, denn wenn das M1 ungleich 0 ist, dann kann ich zumindest mal sagen, diese Zahl, die hier vorne steht, die ist mindestens vom Betrag her 0,1 mal 10 hoch e. Also ganz egal, welche Maschinenzahl ich habe, wenn die auf dem Rechner dargestellt wird, als 0,1 und so weiter mal 10 hoch e, dann ist der Wert der Zahl mindestens 0,1 mal b hoch e, denn hier vorne an dieser Stelle steht ja keine 0. Okay, gut, jetzt schreibe ich mal hin, den Fehlerquotienten, also den relativen Fehlerquotienten mit der Rundungsfunktion, also ein bisschen anders als was kennengelernt haben, x minus Rundung durch x-Betrag, geteilt durch die Rundung von x-Betrag. Naja, das hier vorne ist der absolute Fehler, den haben wir vorhin abgeschätzt, und da wussten wir, das ist b halbe mal b hoch minus p minus 1 mal b hoch e. Okay, die Rundungsfunktion hier vorne liefert uns Zahlen, die sind mindestens in der Größenordnung von 0,1 mal b hoch e, also mindestens b hoch e minus 1, das heißt, wenn ich dadurch teile, ist das bestimmt kleiner gleich dem, was hier vorne steht. Okay, gut, das heißt also, das b hoch e hier vorne geht raus, dann habe ich hier vorne b hoch minus p minus 1 plus 1, und hier unten, da kommt noch ein plus 1, das heißt, insgesamt ist das ein b hoch minus p plus 1, dann habe ich hier noch ein 1,5, das heißt, insgesamt ist, wenn ich eine Zahl auf den Rechner bringe, der relative Fehler, der dabei entsteht, kleiner gleich b hoch minus p plus 1 mal 1,5. Das ist offensichtlich eine sehr wichtige Zahl, denn egal, wie gut ich gemessen habe, wenn ich jetzt auf den Rechner gehe, ist das der Fehler, den diese Zahl anschließend mindestens hat. Okay, das ist tatsächlich jetzt in der, und diese Zahl, weil sie eben so wichtig ist, hat einen Namen, die nennt man Apps, und diese Zahl finden Sie zum Beispiel als Konstante in Python, in Matlab, also in allen Systemen, mit denen Sie rechnen können, haben Sie tatsächlich diese Konstante vordefiniert, weil sie eben tatsächlich wichtig ist, genauer als das kann man nicht werden, und im Normalen, wenn man irgendwas approximieren will, und man sieht, oh, man ist schon in der Größenordnung von Apps, dann kann man auch aufhören, besser kann es nicht mehr werden. Okay, eine Sache noch, das hört sich jetzt hier vielleicht so an, als würde dieser Fehler, als würde diese Rundung nur ins Spiel kommen, wenn man die Eingangsdaten nimmt und sie auf den Rechner wirft. Tatsächlich ist es ein bisschen anders, unglücklicherweise sind nämlich diese Maschinenzahlen nicht abgeschlossen, und als Beispiel wollen wir wieder unser p gleich 2 nehmen, von vorhin, und die 10er Darstellung, also b gleich 10, und dann ist 0,11 absolut, also 0,11 mal 10 hoch 0, ist absolut eine vernünftige Maschinenzahl. 0,11 mal 10 hoch 0, nochmal, das Produkt von den beiden ist 0,121, und das ist blöderweise keine Maschinenzahl. Das heißt also, was passiert ist, immer dann, wenn ich auf dem Rechner eine Operation ausführe, immer, also wenn ich nun plus, minus, mal geteilt irgendwas rechne, muss ich anschließend die Zahl einmal runden, damit ich das Ergebnis überhaupt abspeichern kann. Das heißt, es entsteht ein Fehler auf dem Rechner, nicht nur beim ersten Mal, also nicht nur, wenn ich meine Daten auf den Rechner bringe, sondern tatsächlich bei jeder weiteren Operation entsteht ein kleiner Fehler. Das ist im Normalfall unproblematisch, einfach deshalb, weil der Fehler eben tatsächlich sehr klein ist. Ja, also typische Fehlergrößenordnungen, ich glaube, ich habe es hier irgendwo angegeben, typische Fehlergrößenordnungen sind 10 hoch minus 7, für einfach genaue Zahlen, und sogar 10 hoch minus, was habe ich hier, und 23 für doppelt genaue Zahlen. Das ist um Größenordnungen im Normalfall unter dem Messfehler, der sowieso in die ganze Rechnung auch noch mit eingeht. Problematisch wird das Ganze in dem Augenblick, wenn diese Fehler, wenn diese Rechenfehler, die auftauchen, im Zusammenhang auftreten mit der Auslöschung, die wir uns vorhin angeschaut haben, dann kann es nämlich tatsächlich sein, dass diese kleinen Rechenfehler sehr, sehr stark verstärkt werden und dann eben doch einen Einfluss haben auf das Gesamtergebnis. Und so ein ganz typisches Beispiel dafür wollen wir uns im letzten Kapitel anschauen.